Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Produkte Millionen von Konstrukteuren präsentieren. Denken Sie, dass Sie dadurch Ihren Umsatz steigern könnten? Gute Neuigkeiten! Sie können! Täglich laden mehr als 3,4 Millionen Konstrukteure und Entwickler 3D-Modelle von Kaufteilen aus der Traceparts-Bibliothek herunter. Und auch Ihre Bauteile könnten mit dabei sein. Das Ganze funktioniert so. Wenn ein Anwender eine CAD-Datei Ihres Bauteils herunterlädt, dann geben wir Ihnen Zugriff auf alle hinterlegten Registrierungsinformationen. Nun können Sie mit dem Anwender in Kontakt treten und auf dessen spezielle Ansprüche und Probleme eingehen. Oh, und keine Sorge, Sie müssen Ihre Komponenten nicht in über 60 unterschiedlichen CAD-Formaten parat haben. Traceparts steht Ihnen zur Seite. Wir sind Experten, wenn es darum geht, ein beliebiges CAD-Modell in nahezu alle verfügbaren Formate umzuwandeln. Lassen Sie uns Ihre 3D-Dateien und technischen Produktinformationen zukommen und wir erledigen den Rest. Und selbst wenn Sie keine CAD-Dateien Ihrer Komponenten für die Bereitstellung in unserer Bibliothek parat haben, auch hierfür haben wir eine Lösung. Bei Traceparts arbeitet ein Team talentierter Designer, welches Sie dabei unterstützt, Ihre Bauteile zu digitalisieren und in CAD-Modelle umzuwandeln. Also, worauf warten Sie noch? Stellen Sie Ihre Bauteile noch heute Millionen von Konstrukteuren zur Verfügung. Diese brauchen Sie und Sie brauchen die Konstrukteure. Treten Sie über Traceparts miteinander in Verbindung. Nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf.